Liebe Abonnentinnen und Abonnenten und die, die es werden wollen, das hier ist mehr Lichtspiele. Ich bin Benjamin und ich starte hiermit das Projekt Backlog abfrühstücken. Mein Backlog ist über die letzten Jahre stark angewachsen. Besteht mittlerweile aus einigen hundert Playstation Titeln, mehreren Steam Titeln und auch bei Good Old Games und bei Epic habe ich gewildert. Und ich würde gerne in diesem Kanal versuchen, darüber die Übersicht wieder zu gewinnen und ich hoffe, ihr wollt mich dabei begleiten und unterstützen. Mein größtes Problem ist es, ich kann mich ganz schlecht entscheiden, was als nächstes gespielt werden soll. Vielleicht lagere ich diese Entscheidung demnächst einfach aus. Es würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Euch erwarten ganz viele unterschiedliche Sachen aus ganz vielen unterschiedlichen Ecken. Ihr seht es hier vielleicht schon, da wo es sich anbietet, versuche ich langsam zu spielen. Slowplay ist da, glaube ich, das Fachwort. Entsprechend, seid dabei, folgt mir und diesem Kanal bei dieser Reise. Das würde mich sehr freuen. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, bis bald.